Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir wieder bei den Damenschuhen. Ich habe euch ein paar Remonte-Modelle mitgebracht, die wir uns mal ein wenig genauer anschauen wollen. Remonte macht super schöne, warme, bequeme Winterschuhe, die dann eigentlich alle mit einer Remonte-Tex-Membran ausgestattet sind, die die Schuhe wasser- und feuchtigkeitsabweisend macht und trotzdem atmungsaktiv, sodass man warme, trockene Füße hat. Die Modelle, die ich hier habe, sind auch alle schön warm und dick gefüttert. Bei diesem Modell besonders schön der Strickrand und die Plateausohle, die zum einen modisch ist, zum anderen aber eben auch den Fuß ein bisschen höher vom Boden weghebt, sodass es einfach ein bisschen mehr isoliert. Dann gibt es auch schöne Langschaftsstiefel, die mit der Schnürung angepasst werden können, an die Weite des Beines. Dieses Modell ist beispielsweise wirklich mit Schafwolle gefüttert, sodass für ein optimales Fußklima gesorgt ist. Dieses Modell ist super modisch, hat eine schöne, tolle Farbe. Ganz praktisch und wirklich bequem zu tragen ist die Keilplateausohle, die super leicht ist. Und auch dieser ist innen schön warm gefüttert. Mit der Schnürung kann man oben am Bein, am Spann die Weite schön anpassen. Mit diesen Modellen seid ihr optimal ausgestattet für das Winterwetter, das wir momentan haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Zuhören.